Christian Kern aus der Hauptstadt Berlin präsentiert uns den PeriFairy. Ja, die Birne in einem neuen Gewand. Es ist ein sehr würziger, schmackhafter, erfrischender Cocktail. Passt eigentlich zu jeder Lage und Jahreszeit. Arbeiten mit würzigen Kardamom, frischer Minze. Ist mit einem hausgemachten Zimtsirup auf einer schönen, ebenen Rumbasis. Ist was für Genießer, für Connoisseure, für jemanden, der mal was ausprobieren will. Aber definitiv eine Sache für jeden Anlass. Alles ist vorbereitet und los geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.